Ich glaube, ich weiß, ich würde jetzt auch behaupten, ich weiß alles. Ich weiß alles. Ich kann auf jeden Fall jede Frage beantworten. Ich setz jetzt einen Doppler. Ich habe schon mal einen Doppler gesetzt. Also wenn ich alle richtig habe, doppelte Punktzahl. Dubbel an Uli, weil der neue Kollege aus Hamburg kommt, der mit der großen Nase. Er sagt, er hat eine große Nase. Ich finde seine Nase wundervoll. Niemand drüber gesprochen, bis jetzt. Ich gucke nicht ins Profil. Ich gucke nur gerade. Du weißt, dass heute der Kollege aus Hamburg kommt? Noch sehe ich ihn hier nirgendwo. Mach den Platz frei und sei nett. Ich bin immer nett. Wir haben keinen Buzzer. Wir bräuchten einen dicken, roten Buzzer. Ich beantworte nichts ohne Buzzer. Harry. Ja, das sage ich. Mein erster Satz, während ich zur Leiche, also die Leiche betrachte. Das ist dein erster Satz, den du sprichst. Vorher sagst du Scheiße. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Wer sind Sie? Koray Larsen aus Hamburg. Der Herr Dubbel hat mich hinterher geschickt. Ich nehme an, Sie sind. Ulrike Bando. Holger Kiezmann. Die, ähm, die Linguistin aus Hamburg. Kurz Cut. Wir müssen kurz die Presseabteilung von Herrn Delzen. Dr. Claudia Becker. Dr. Claudia Becker. Schwierig. Wegen ihrer Uneindeutigkeit bieten die Ruhnen natürlich auch viel Raum für diverse ideologische, okkulte, esoterische Deutungen. Die Nazis haben sich ja diesbezüglich auch schamlos ausgetobt. Siegrune, Hacken, Kreuz, das ganze Zeug. Die Nazis. Ich muss los. Kurze, äh, kurzer Korn mit der PR-Beteiligung, wie heißt sie denn? Antolina Hensch. Ja, die Schauspielerin, aber, ähm, äh, Christa, wussten wir. Eins, zwei, drei, Christa. Christa. Noch mal zerschörest du mein Leben nicht. Nächstes Mal bringe ich dich um. Marc Bando. So war sie nämlich wirklich. Die wirkliche Fratze. Du bist ja total besoffen. Du wunderst dich, warum ich dir nichts erzähle. Ja, tolles Spiel. Das ist ja richtig funny gewesen. Wir haben keinen Buzzer. Wir bräuchten einen dicken, roten Buzzer. Ich bleibe heute nichts ohne Buzzer. Okay. Das kann ich nicht. Die, ähm. Ah!